Hallo Leute, ich bin PienPien. Heute brate ich hier Gambian Linderfleisch. Zuerst Linderlacken in Scheiben schneiden, dann in gleichmäßige Stücke schneiden. Linderfleisch in alle Schüssel geben und mit Kochweih sehr gut vermischen. Zuerst Linderfleisch in einen Schleifen schneiden. Rauchzwiebel gleich schneiden. Zuerst Linderfleisch in den Schleifen schneiden. Zuerst Linderfleisch in den Schleifen schneiden. Ingwer in Scheiben schneiden, dann in dünne Steifen schneiden. Öl im Wok erhitzen und Linderfleisch trat dann bei mittlerer Hitze anbraten. Bis es durch ist, dann Ninderfleisch herausnehmen und den Wok auswaschen. Öl im Wok erhitzen, gebratenes Ninderfleisch zugeben und mit Chilisauce bei mittlerer Hitze zerschön braten. Ingwer, Zitronpfeffer, Chiliflocken, Zucker und helle Sojasauce hinzufügen. Alle Zutaten gut miteinander vermischen. Celery, Lauchzwiebel und Salz reinkommen. Und weiter kurz braten. Dann mit Saison abschmecken und servieren. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.